Ich habe gehört, dass das Schloss rockt. Das ist für euch im Weiherschloss im Bobnig. Bei mir ist Johannes Job. Johannes, ich habe gehört, dass das Schloss rockt. Das ist schwierig zu vorstellen. Wie geht das? Normalerweise kommt man in Anzüge ins Schloss. Fahre jetzt Biker rein oder wie? Das kann sein an diesem Tag. Letztes Jahr hatten wir das auch gemacht. Der Grundgedanke ist entstanden an einem Trüffel-Event, wo wir so richtig steif sind. Dann habe ich euch gesagt, jetzt müssen wir mal etwas anderes machen, jetzt müssen wir mal rocken. Primär ist rocken in der Küche. Aber dass wir das rüberbringen, braucht natürlich Musik dazu. Und das findet dann eben zum zweiten Mal am 23. September statt. Jetzt, Rockmusik ist 1-8, das geht dann durch die Chöre. Was wird denn kulinarisch dazu geboten? Ich habe gesehen in der Einladung, die haben ein Aufgebot an Spitzenköche im ganzen Haus. Die können ja nicht alle in der gleichen Küche kochen. Nein, die müssen sich selbst organisieren. Das gehört jetzt zum Rocken, oder? Die werden im ganzen Haus verteilt. Und die haben dort ihre kochnischen Kochstationen. Die treiben dann in die ganze Küche mit. Und bieten dort ihre Produkte an, weiterverarbeiten. Es ist einfach sehr spannend, auch denen über die Schultern zu schauen. Ein Grund war auch noch, wir sind dieses Jahr aufgenommen worden, in den schönen Restaurateur. Das hat uns natürlich Tür und Tor geöffnet, für junge Spitzenköche, die auch manchmal etwas crazy sind. und dort ist ja ein Talent, Passion und Innovation ein so kleines Motto. Und unter diesem Motto lassen wir auch das Rock der Castle laufen. Also, die werden sehr überrascht, was alles passiert. So, und jetzt ist bei mir der Hauskoch der Guy. Es ist bei mir der Hauskoch der Guy. Was macht ihr denn da genau? Also, wir öffnen die Kuisine an alle Kunden, die kommen. Wir öffnen alle Restaurants. Und die Kuisine, so können die Leute ein bisschen sehen, was passiert in den Kulissen. Und was heisst das für das Essen? Was kocht ihr denn? Ich meine, du kannst ja nicht ein Gitarrenseitenmenü machen. Vielleicht. Spaghetti und Gitarre. Nein. Also, ich mache eine, ich mache eine, ich mache eine, eine Selle des Chevreuils mit eine Sauce au Genèvre und eine kleine Püree mit Patate d'Ausse. Und, voilà, wir werden noch ein paar kleine Garnituren mit. Und die anderen Kuisine, ich weiß nicht genau, was sie machen. Es wird eine Überraschung für die Leute, aber es sind sehr gute Kuisine, also es wird wirklich super. Was hörst du für Musik? Was hörst du am liebsten? Alles. Aber issi, issi! Also, rocken in dieser Küche. Und wie ihr das vor Ort schon mitgekriegt habt, ihr dürft im ganzen Haus flanieren und den Köch wirklich auf die Finger schauen, das Metier ein bisschen spüren, wie das läuft in der Küche. Und ich bin überzeugt, wenn man das dann auch noch etwas mit Rockmusik verbunden hat, dann geht das natürlich beim Guy in der Küche anders ab und auch auf allen anderen Stöcken. Gehen wir nochmal zurück zum Hannes. Ja, Johannes, jetzt nimmt es mir natürlich gleich nochmal Wunder. Man kann ja da jetzt nicht durch das ganze Schloss durch rocken und so einen Aufstand machen. Normalerweise sitzt man an einem Tisch, geniesst, was man serviert kriegt. Verzähl mir nochmal, wie tut man da flanieren? Also, an diesem Tag passiert es ein bisschen anders. Man kann zwar sitzen, aber eben, die Köche sind in allen Sälen, in allen Räumlichkeiten in der Küche verteilt und Gäste flanieren. Die heisst also, die gehen zu den Köchen und nicht umgekehrt können dort schauen, was passiert. Gleichzeitig auch geniessen. Es gibt auch noch zum Trinken dazu. einen richtigen Plausch. Man kann dort flanieren, machen und tun und zählen auch mal. Wunderbar. Dann müsst ihr euch also jetzt anmelden. Das ist noch ganz wichtig. Das ist nämlich eine limitierte Platzzahl. Und wenn es dann richtig knattert, was jetzt da schon passiert. Sag mal, was machst du jetzt schon da? Wo ist die Party? Das ist erst nächste Woche. Also, er kommt nächste Woche wieder. Alle, die einen super schönen Dörf haben, sind eingeladen, sich anzumelden. Dörf sagen. Nein, es heisst Motorrad. Motorrad oder Bein? Riesenmotorrad. Ich möchte noch etwas sagen. Es sind ja nicht nur Dörffahrer eingeladen, sondern wirklich alle von jung bis alt, die das Schloss einmal in einer anderen Form erleben wollen. Gut, dann möchte ich hier noch einmal den Sound schnell hören. Rock der Kastl in Popniger Schloss anmelden. Danke dir.